Fühlst du dich unmotiviert? Fühlst du dich blockiert? Hast du auf der einen Seite den Wunsch, wirklich was in deinem Leben in die Hand zu nehmen und spürst es zugleich, aber irgendeine Form von Blockade, irgendwas, was dich hindert, irgendwas, was dazu führt, dass du dich nicht so richtig vorwärts bewegen kannst? Wenn das der Fall ist, habe ich für dich einen Prozess mitgebracht. Bevor wir aber auf den Prozess einsteigen, würde ich gerne ein bisschen was über die Ursachen aussprechen oder etwas über die Ursachen erzählen, warum wir manchmal einfach nicht in Quark kommen. Und einer aus meiner Sicht der wesentlichen Gründe, warum wir uns selbst behindern, ist daran zu finden, dass wir ein innerliches Pro und Contra am Laufen haben. Wir wollen auf der einen Seite etwas Neues erreichen, beruflich verändern, eine Beziehung anders angehen, ein paar Kilos abnehmen, was auch immer. Das wollen wir auf der einen Seite, aber, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt auch gravierende Einwände dagegen. Und je stärker die Blockade ist, je weniger du das Gefühl hast, dass du etwas dagegen ausrichten kannst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem neuen Ziel negative Gefühle verbunden hast. Der Grund, warum wir blockiert sind, ist, dass wir negative Gefühle mit unserem Ziel verbunden haben, dass wir uns bei all den Vorteilen, die wir vielleicht auch sehen, eben auch ein paar Nachteile innerlich wahrnehmen. Und diese Nachteile wiederum führen dazu, dass wir uns so schlecht dabei fühlen, dass wir auf der einen Seite wollen, aber auf der anderen Seite nicht können. Das ist Pro und Contra. Und unser Nervensystem ist von Mutter Natur so konzipiert worden, dass die negativen Gefühle stärker sind als die positiven. Das hat Mutter Natur deswegen gemacht, damit, wenn wir zum Beispiel von irgendwas total begeistert sind, was aber eigentlich gar nicht so gut ist, dass wir dann nicht voller Ekstase uns auf irgendwas einlassen, was uns schaden könnte. Und deswegen hat Mutter Natur gesagt, also wenn ein negatives Gefühl da ist und dieses Gefühl hat eine gewisse Form von Berechtigung, wird es das positive Gefühl überschreiben. Das heißt also, wenn wir etwas in Angriff nehmen wollen, wenn wir aus dem Quark kommen wollen, wenn wir in die Hufe kommen wollen, müssen wir mit dem negativen Gefühl arbeiten. Wir müssen es lösen. Und wir müssen zugleich aber auch, und das ist der entscheidende Punkt, das Positive des Ziels weiter verstärken. Und ich habe euch einen Prozess mitgebracht, der total einfach ist, wo wir auch gar nichts Tiefenpsychologisches machen. Wir gehen jetzt nicht in deine Kindheit und gucken, was da schiefgelaufen ist, was da nicht geklappt hat. Wir wollen gar nichts irgendwie von deinen negativen Überzeugungen oder sonst was wissen, sondern wir arbeiten jetzt mal direkt mit deinem Nervensystem. Wir arbeiten mit deinem Gehirn. Und der Prozess, den ich dir mitgebracht habe, heißt natürlich Pro und Contra. Und ich möchte dich jetzt bitten, dir die Unterlage herunterzuladen. Die findest du unten in dem Link. Und für diejenigen von euch, die jetzt gerade nicht verstehen, was ich meine mit unten mit dem Link, das ist schon für die Aufnahme gedacht, die wir dann später mal online stellen. Die Unterlage findest du also unten in dem Link. Ladst du dir einfach herunter. Und dann lass uns einfach durchstarten und diesen Prozess einfach mal angehen. Und der erste Schritt in diesem Prozess ist, dass wir erstmal festlegen, was wir nicht mehr wollen. Bevor wir irgendwie über Ziele oder ähnliche Sachen sprechen, ist das Erste, dass wir erstmal aufschreiben, was wir nicht mehr wollen. Und das ist meine Bitte an euch. Sucht euch jetzt etwas aus, was euch nervt, was euch stört, was ihr gerne ändern wollt, aber noch nicht konntet. Und tragt das hier ruhig in den Chat ein. Lass uns alle mal dran teilhaben. Das ist jetzt die Idee, dass wenn ganz viele jetzt hier in den Chat einfach mitschreiben, dass wir uns alle gegenseitig so ein bisschen inspirieren und gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Wolfram sagt, nicht mehr kurz vor dem Ziel abzubiegen. Genau. Kannst du ruhig noch konkreter machen. Zum Beispiel, dass du sagst, jedes Mal, wenn ich mhm mhm angehen möchte, dann stehe ich auf und mache überdannes oder lenke mich ab oder gehe zum Kühlschrank oder kriege so viel Bammel, dass ich dann das beiseite lege. Was habt ihr noch für alte Verhaltensweisen, wo ihr denkt, ach, das will ich nicht mehr, so will ich nicht mehr sein. Andrea sagt, Teil eines Systems zu sein, das ich für grundlegend falsch halte. Da ist jetzt wichtig, Andrea, dass du es sehr konkret machst. Also wenn du jetzt mit System beispielsweise meinst, dass du in einer Firma arbeitest, wo du dich unwohl fühlst, dass du dann sagst, ja, dass ich da irgendwie jeden Tag noch zur Arbeit gehe. Wenn es, sage ich mal, bei Systemen eher um was gesellschaftliches oder politisches geht, dann mach das ruhig auch konkreter. Was ist denn genau das, was, wo du mit deinem eigenen Verhalten, das ist auch entscheidend, ja. Es geht nicht darum, dass wir die anderen verändern wollen, sondern es geht natürlich um dich. Also was ist dein altes Verhalten, wo du noch mitziehst, was du als das System bezeichnest, was du gerne anders machen möchtest. Arne sagt, nicht das zu machen, was notwendig ist, um mich weiterzubringen, das ist noch zu unkonkret. Wir müssen es konkreter machen. Das ist jetzt ganz wichtig. Wenn wir mit unserem Nervensystem, mit unserem Gehirn arbeiten, müssen wir das so spezifisch wie möglich machen. Was genau ist es denn, ja, Arne, was du echt partout nicht mehr willst? Also was immer auch an konkreten Situationen vorliegt. Ja, das heißt im Beruflichen, da ist irgendwie was ganz Bestimmtes, was da gerade läuft, ja, womit du unglaublich unzufrieden bist. Und das willst du jetzt einfach ändern. Petra sagt zum Beispiel, andere wichtiger nehmen als mich. Da wäre es noch besser, wenn du es sogar konkreter sagst. Zum Beispiel ist es bei der Arbeit oder ist es in der Familie oder ist es in deinen Beziehungen, bei deiner besten Freundin oder ist es bei deinem Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder wie auch immer. Ja, nimm mal was ganz Konkretes. Wie gesagt, nicht tausend Sachen gleichzeitig machen, sondern bei einer Sache bleiben und abschließen. Nimm vielleicht noch was konkreter. Also wenn ich am Schreibtisch sitze und eigentlich das und das machen würde, dann lege ich dazu, irgendwie noch tausend andere Sachen anzufangen. Gehe ich nochmal kurz in die Mail rein und zack, bin ich schon verloren. Ja, und Myriam sagt hier, ne, Astrid schreibt hier, Entscheidungen aufschieben. Dann mach es noch konkreter. Welche Entscheidung? Ja, versuch nicht jetzt ganz allgemein das Problem, dass du viele Entscheidungen vor dir her schiebst aufzulösen, sondern nimm noch konkreter. Wir müssen das immer genau auf den Punkt bringen. Also zum Beispiel die Entscheidung, keine Ahnung, jeden Monat 100 Euro zu sparen oder die Entscheidung, ein paar Kilo abzunehmen oder die Entscheidung, für eine bestimmte Sache jetzt mal endlich was zu unternehmen oder die Entscheidung, dir eine neue Wohnung zu suchen oder was auch immer. Ja, mach es so konkret wie möglich. Das Gute daran ist, wenn du eine konkrete Sache gelöst hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich viele andere Dinge, die so ähnlich strukturiert waren, mitlösen durch diese eine Intervention. Barbara sagt nicht mehr emotional abhängig sein. Wovon? In welcher Situation genau? Das musst du jetzt hier nicht in den Chat reinschreiben, das geht ja auch keinem was an, aber zum Beispiel, dass du sagst, mit meinem Partner, jedes Mal, wenn der motzig ist, geht bei mir die Laune in den Keller. Das möchte ich nicht mehr. Das wäre was ganz Konkretes. Und Wovon sagt zum Beispiel, ich möchte endlich meine Musik veröffentlichen. Und das ist schon mal sehr konkret. Und wenn du sagst, da büchse ich mal vor aus, dann hast du auf der einen Seite schon dein Ziel gesetzt, dass du nämlich gleich als nächstes kommst. Aber du weißt auch, was du nicht mehr möchtest, nämlich, dass du das vor dir herschiebst. Ursula sagt, mein Partner will ich dir nehmen als mich selbst. Das ist super. Und vielleicht nimmst du sogar noch eine konkretere Situation, dass du zum Beispiel sagst, an welcher Stelle passiert das denn genau? Also beispielsweise, ihr wollt abends zusammen ausgehen und du hast eine Idee, was man machen kann und dein Partner hat die Idee und dann passt es dir einfach an. Oder ihr wollt zusammen einen Film gucken und er will was ganz anderes sehen, als du gesehen möchtest und dann gibst du klein bei und eigentlich ärgerst du dich im Nachhinein, dass du dazu Ja gesagt hast. Oder was auch immer das ist, kriegt das ganz konkret für dich auf die Reihe. Wie gesagt, ihr müsst das hier nicht in den Chat reinschreiben, das ist ja auch ein bisschen euer Privatleben. Aber wichtig ist, dass ihr für euch genau wisst, ey, in der und der Situation, da mache ich das klar. Liliane hat zum Beispiel hier sehr gut irgendwie auf den Punkt gebracht, sie sagt, als einzige nicht zur Prüfung zu kommen, weil ich nicht gelernt habe. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz klare Ansage. Da wissen wir gleich, okay, da wissen wir, was das ist. Sylvia sagt, Single sein will sie nicht mehr. Okay, versuch das mal mit diesem Prozess. Manchmal musst du es vielleicht noch ein bisschen spezifischer machen. Das kann sein, aber du kannst es ja mal probieren. Ja, dass du vielleicht auch nochmal guckst, an welcher Stelle sorgst du auch dafür, dass du kein Single bist. Zum Beispiel, dass du vielleicht abends nicht rausgehst oder dass, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann siehst du vielleicht jemand Nettes, dass du dann irgendwie abweisend wirst oder schüchtern wirst oder was auch immer. Dass du einfach an dieses Verhalten gehst und auch diese konkrete Situation. Und Irene schreibt hier regelmäßig malen, um meine Kreativität ausleben. Das ist dein Ziel, Irena. Und was wir jetzt aber erstmal brauchen, ist das, was du nicht mehr möchtest. Das ist mir jetzt wichtig. Also was tust du stattdessen? Statt kreativ zu arbeiten? Guckst du zu viel Fernsehen? Hängst du in zu viel Big-Shift-Live-Shows ab im Internet? Oder was machst du immer, womit du dich sozusagen noch um dieses Kreative bringst? Und das solltest du jetzt auf den Punkt gebracht haben. Ute gibt dir noch nicht mehr länger als 90 Minuten zu behandeln. Das ist sehr konkret, sehr griffig, sehr gut anfassbar. Da weiß man genau, um welche Situation es geht. Und wie er sagt, ich bin mitunter Träge und kann mich schon aufrasten und loslegen und tue dann mitunter Dinge, die unwichtig sind. Genau. Und da kannst du konkrete, vielleicht noch konkreter machen, wo passiert das immer wieder? Ist das morgens, wenn du zur Arbeit gehst oder anfängst zu arbeiten? Oder ist es im Haushalt oder wo auch immer? So, lass uns mal den nächsten Schritt angehen. Und der nächste Schritt ist, was wünschst du dir stattdessen? Was ist jetzt das Ziel? Und einige von euch haben das schon geschrieben. Ich möchte meine Musik veröffentlichen. Ich möchte kreativer arbeiten. Und wenn du sagst kreativer arbeiten, machst du noch konkreter, was willst du genau machen? Was verstehst du da drunter? Willst du ein Drehbuch schreiben, Bilder malen, Musik machen, was auch immer? Schreib es ganz konkret auf. Was wünschst du dir stattdessen? Cordelast schreibt zum Beispiel, ich möchte gerne einen festen Platz für Dinge finden. Das ist zum Beispiel super. Was wünschst du dir stattdessen? Also was ist das, was du sozusagen als Ziel hast? Und trag das mal hier in den Chat ein. Liliana sagt, Struktur lernen. Mach es ruhig noch konkrete. Was heißt das Struktur lernen? Woran erkennst du, dass du das erreicht hast? Mach es so spezifisch wie möglich. Woran merkst du das? Dass du Struktur hast. Ist das da, dass du zum Beispiel einen Tagesplan hast, den du vielleicht ausgedruckt hast? Oder dass du bestimmte Arbeiten, dass du die Schritte genau für dich aufgeschrieben oder visualisiert hast? Was ist das genau? Und Joachim schreibt hier etwas, was er erstmal nicht will. Keine Gedanken und Gefühle mehr. Unterdrücken aus Angst vor den Reaktionen seiner Mitmenschen. Ich habe Angst, mit eventuell Ablehnung umzugehen. Und das ist jetzt schon mal eine sehr interessante Formulierung, Joachim, weil da kann man jetzt nämlich auch gucken, was du als Ziel setzt. Also ich meine, wenn du wirklich deine Gefühle zeigst, dann wird es Menschen geben, die das über alles lieben und dich dafür respektieren. und es wird vielleicht Menschen geben, die deine Gefühle nicht teilen. Also das heißt, die Gefahr, dass du Ablehnung erfährst, ist real. Ja, es wird nicht jeder dein Gefühl jetzt so wahrnehmen, akzeptieren, nachvollziehen können und muss auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle wäre, würde ich mir als Ziel setzen, ich stehe zu meinen Gefühlen und komme gut damit klar, wenn Leute mich dafür ablehnen. Das ist dann einfacher, weil dann ist es egal, wie die Leute reagieren, du kommst einfach erstmal grundsätzlich mit deiner Sache gut zurecht. Corda sagt, alle Dinge an einem Ort, wo ich keine Energie mit Suchen mehr verbringen muss, das ist eine Zielformulierung, wo du das Negative noch mit drin hast. Also wenn du sagst, wo ich keine Energie mit Suchen mehr verbringen muss, da hast du das Ziel und gleichzeitig siehst du aber, dass du immer noch suchst. So funktioniert ja unser Gehirn. Das muss um den Satz, ich muss nicht mehr suchen, muss man sich vorstellen, dass man sucht. Das ist der, habt ihr schon bestimmt tausendmal gehört, denk nicht an einen weißen Affen mit einem grünen Hut drauf. Da müssen wir, um diesen Satz überhaupt verstehen zu können, an den weißen Affen mit dem grünen Hut denken. Und wenn wir natürlich ein Ziel setzen und sagen, ich will das, aber das auf gar keinen Fall mehr und das, was du nicht mehr willst, ist schmerzhaft, dann denkst du an das Ziel, denkst an was Negatives und bumms, hast du in dir ein negatives Gefühl wachgerufen. Und machst du das öfters, kann es passieren, dass dein Gehirn anfängt, diese beiden Sachen miteinander zu vermengen und jedes Mal, wenn du eigentlich an das schöne Ziel denkst, alles ist an seinem Platz und du freust dich, weil du die Dinge leicht findest, stellst dir mal schnell wissen vor, wie schmerzhaft das ist und das macht das Gehirn wiederum buschig. Und das kann dazu führen, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes echt eine Blockade haben. So, dann haben wir hier eine Formulierung von Bär, mit Freude, Leichtigkeit und geringsten Aufwand, Ordnung in meine Wohnung bringen und mich um meine Berufung kümmern, heißt entdecken und umsetzen. Das sind löbliche Ziele, Bär, aber es ist für dein Gehirn zu kompliziert. Nicht nur für deins, auch für meins, für alle anderen auch. Konzentrier dich erstmal nur auf eine Sache, sag, mein Ziel ist, mit Leichtigkeit Ordnung in meine Sachen bringen oder meine Sachen sind in Ordnung. Das ist auf jeden Fall besser, lass das mit der Berufung und all die ganzen anderen Sachen noch außen vor, das wirst du später noch einsetzen können, aber mach das Ziel so konkret wie möglich. Ich erlebe es zum Beispiel immer wieder in unseren Kursen, da haben wir einen 28-Tage-Transformer und da sollen die Leute auch Ziele formulieren und ab und zu sehe ich mal diese Zielformulierung, weil sie mir die zuschicken. Und es ist immer wieder das Gleiche, dass ich denke, boah, diese Ziele sind alle zu lang und zu kompliziert. Das ist ganz wichtig, mach es so einfach und griffig wie möglich. Schauen wir mal, was ihr noch für Ziele hier habt. Cornelia schreibt hier, konkret und ausdauernd an meiner Zukunft arbeiten in Klammer Bewerbung. Also da finde ich das mit der Bewerbung konkreter. Ich versende jeden Tag, keine Ahnung, 10 Bewerbung per E-Mail. Lothar sagt, neue Zeiteinteilung und Füllung. Mach es bitte noch konkreter. Was heißt denn das genau? Wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich fange zum Beispiel morgens statt um 10 um 6 an und mache dann um 10 Uhr die erste Pause und um 13 Uhr noch mal eine Pause und um 15 Uhr mache ich Feierabend und das ist meine neue Zeiteinteilung. Das ist konkreter, damit kann das Gehirn mehr anfangen. Maria sagt, ich will fokussiert und konzentriert arbeiten und dabei entspannt sein. Da wäre es noch wichtiger, das ist schon sehr gut formuliert, aber es wäre noch besser, wenn du hingehen würdest und sagen würdest, wenn ich an hmmm arbeite, wenn ich zum Beispiel Mails mache oder wenn ich das und das mache oder wenn ich einen Blogartikel schreibe oder wenn ich hier diese Excel-Berechnung mache oder wenn ich an diesem Design sitze oder was auch immer du gerade machst oder was auch immer du beruflich machst, dass du dir vorstellst und dass du dabei mit Konzentration und Leichtigkeit an die Arbeit rangehst. Luther hat hier einen coolen Spruch, mach es einfach und dann mache es einfach. Sehr schön. Heike sagt, ich bin diszipliniert in dem, was ich tue, das ist zu global. Das ist zu global und das ist vielleicht auch gar nicht mehr wünschenswert. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin diszipliniert in dem, was ich tue, willst du das in all deinen Dingen haben, dass du überall diszipliniert bist, zum Beispiel beim Essen. Wenn dir da was Leckeres isst, willst du da diszipliniert sein oder beim Sex, willst du da diszipliniert sein? Ich hoffe nicht. Ist auch mal okay, sich gehen zu lassen und deswegen ist es so wichtig, dass wir das konkretisieren. Wo möchtest du gerne diszipliniert sein? Das ist was bei der Arbeit, das ist was, wenn du mit deinen Kindern was bestimmtes unternehmst oder was auch immer, bringst gut auf den Punkt. Susanne sagt, gute Heilerin zu sein, das ist ein tolles Ziel, aber mach es noch konkreter. An welcher Stelle hast du denn auch das Problem, heilerisch tätig zu sein? Oder gut, eine gute Heilerin zu sein. Wo genau taucht das denn auf? Ist das zum Beispiel bei all deinen Coaches oder bei all deinen Klienten oder bei bestimmten? Oder ist es vielleicht so, dass du gar nicht in Quark kommst, weil du gar nicht was für deinen Job tust? Dass du deine Sachen nicht annoncierst, nicht bekannt machst oder was auch immer. Frank schreibt dir, frei und unabhängig zu sein, meine Kreativität ausleben, meine Zeit selbst einteilen und bestimmen, wie viel ich verdienen möchte. Frank, das Ziel ist so groß. Da versteht dein Gehirn nur noch Bahnhof. Das ist sehr abstrakt. Also was heißt das jetzt ganz genau? Was heißt zum Beispiel, erstmal will ich mir einen Aspekt raussuchen. Was heißt das denn, frei und unabhängig zu sein? Heißt das zum Beispiel, dass du einen bestimmten Betrag auf dem Konto hast, damit du dich nicht grämen musst, ob du die Miete oder was auch immer am Ende des Monats bezahlen kannst? Ist das für dich Freiheit und Unabhängigkeit? Oder was heißt die Kreativität ausleben? Wie lebt sich deine Kreativität genau aus? Heißt Kreativität für dich, dass du, das habe ich ja auch schon vorhin mal gesagt, dass du vielleicht als Künstler tätig bist? Heißt Kreativität, dass du vielleicht in deinem Job ganz neue Wege gehst? Was ist für dich Kreativität? Ist das überhaupt was Berufliches oder sagst du einfach, es geht mir eher darum, was im privaten Bereich Kreatives auf den Beinen zu stellen? Mach so konkret wie möglich. Das ist sehr wichtig, weil sonst werdet ihr nicht weiterkommen und das ist auch ein Problem, wenn Leute Ziele setzen und es ist zu unkonkret, dann kann das Gehirn das nicht verarbeiten und sagt, ja, okay, du willst unabhängig sein, okay, weiß auch nicht, was das ist, ja, nehmen wir das erstmal raus und dann wählt es sich irgendwas aus wie Zeitselbstanteil. Ja, okay, das kriegen wir wohl noch hin und dann machst du dir jeden Morgen einen Plan. So, Martina sagt, ich möchte mich so gut vorbereiten, dass ich die Prüfung im Herbst bestehe. Mach es noch konkreter, was heißt das jetzt genau? Heißt das zum Beispiel, was du jeden Tag eine Stunde übst? Das wäre jetzt zum Beispiel ein klares Ziel. So, Gudrun sagt, Unordnung zu Hause will endlich alles wieder schön ordnen, als es loslassen können. Also das ist für ein Ziel zu viel, weil Unordnung zu Hause ist das, was du nicht willst. Das heißt, du unter müsstest nur eine Eins notieren. Endlich alles wieder schön ordnen, das ist ein super Ziel und wenn du da auch eine Vorstellung davon hast, zum Beispiel eine visuelle Vorstellung, also eine bildhafte Vorstellung, wie das aussieht, dann ist es perfekt und als es loslassen können, da verstehe ich schon, was du meinst, nämlich, dass du vielleicht dich von so alten Kram trennst, aber ich stelle dir einfach vor, was du als Endergebnis erlebst. Also hast du dich vom alten Kram getrennt, wie sieht es dann aus? Je konkreter du das machst, je griffiger das Ganze ist, desto besser wirst du gleich durch den Prozess weiter durchgehen können. Nikola sagt, ich will einen Buddy finden Nikola sagt, ich will einen Buddy finden oder Mastermind-Gruppe gründen. Ja, okay, da wäre jetzt die Frage, was willst du jetzt genau? Buddy ist ja Einzelperson, Mastermind ist ja oft mit mehreren Leuten. Entscheide dich ruhig für eine Sache erst mal. Ich meine, wenn du dich für einen Buddy entscheidest und außerdem kommt dann doch noch eine Mastermind-Gruppe raus, weil du mehrere Leute angesprochen hast und die finden das alle cool, dann ist das natürlich auch okay, aber konzentrier dich ruhig auf eine einzige Sache, um es so konkret wie möglich zu visualisieren. Dein Gehirn braucht das. Arne sagt hier, meine Wohnung sauber zu machen und ordentlich zu halten, indem ich regelmäßig ein bis zweimal die Woche mich drum kümmere. Ja, das ist schon gut. Jede Woche räume ich zweimal auf. Perfekt. Die Arne sagt, mir gelingt alles, was ich mir vornehme, das ist ein, sorry, wenn ich das sage, das ist ein ganz schlechtes Ziel, weil das kannst du nicht einhalten. Du kannst nicht alles schaffen, was du dir vornimmst. Sorry. Dinge, die du vielleicht selber in die Hand nehmen kannst, da kann das funktionieren, aber viele unserer Ziele, die wir uns vornehmen, hängen auch von anderen Leuten ab. Die müssen damit zuarbeiten. Wenn du zum Beispiel Wünsche an die Partnerschaft hast, du nimmst dir jetzt vor, dass du mit deinem Partner einfach viel mehr Freude hast, dann muss dein Partner aber trotzdem mitziehen und wenn der gerade durch eine schlechte Phase geht, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass er da deinen Vorhaben zustimmt. Oder wenn du zum Beispiel einen Kunden gewinnen willst, einen Auftrag machen, dann ist es immer noch so, dass du zwar natürlich was dafür tun darfst, kannst, aber der Kunde muss ja auch noch Ja dazu sagen. Und ob er das tut oder nicht, das ist gar nicht in deinem Einflussbereich. Und deswegen begibst du dich da mit diesem Ziel in eine Abhängigkeit rein, die dir schadet. Mach es konkreter. Was möchtest du genau als nächstes erreichen? Und was musst du dafür tun? Darauf solltest du dich konzentrieren. Was du tun kannst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne mit meinem Partner mehr Freude haben, das ist eine Sache, die du vornimmst, dass du zum Beispiel sagst, na, jetzt am Wochenende mache ich dem Überraschung. Dann schiebe ich ihn die ganze Zeit vor mir her, weil ein Grummel, Grummel und was weiß ich nicht alles. Dann nimmst du dir das als Beispiel. Oder du sagst, du willst irgendwie bestimmte Kunden gewinnen, dass du vielleicht sagst, okay, dann werde ich mal dafür jetzt mein Angebot nochmal überarbeiten oder ich werde mir eine Präsentation mal verbessern oder ich werde mal eine Anzeige schalten. Also was auch immer du tun kannst, was in deinem Einflussbereich ist, was du selbst machen kannst, das sollte das Ziel sein. Michael sagt, ab jetzt partnerschaftliche Verträge abschließen, bei denen ich, ich bleibe und mich so mit Freude in die Projekte einbringen kann und auch finanziell unabhängig bleibe, ist zu groß. Also, sag einfach, ich, ne, ab jetzt gibt es Partnerschaftsverträge, die für beide Seiten funktionieren. Das könnte man schon mal so lassen. Vielleicht kannst du es sogar noch konkreter machen. Gibt es irgendjemanden, mit dem du einen Partnerschaftsvertrag mal schließen solltest oder möchtest? Und wenn du dir das sogar als Beispiel nimmst, ist es noch griffiger für das, was dann als nächstes kommen wird. Dann haben wir hier Feli. Mein Ziel ist es, beruflich und privates gut auseinanderzuhalten zu können, konzentriert bei der Arbeit, abschalten im Familienleben. Das ist super. Stell dir vor, wie das jetzt genau abläuft, dass du zum Beispiel sagst, also ich arbeite beispielsweise jeden Tag bis Uhr und danach habe ich Zeit für die Familie. Aber es ist schon relativ gut auf den Punkt gebraucht, was du da gesagt hast. Ella sagt, produktiver arbeiten, bei was genau? Was willst du produktiver oder besser erreichen und woran merkst du das auch, dass du produktiver arbeitest? Also ist es zum Beispiel, dass du sagst, ja ich nehme mir morgen sieben Sachen vor und am Ende des Tages habe ich auch sieben geschafft. Ist es, dass du sagst, ja ich habe jeden Tag kriege ich 50 Mails und oft schiebe ich das tagelang vor mir her und jetzt mache ich das so, dass die Mails jeden Tag auf null runter arbeiten und das ist für mich produktiver Arbeiten. Also konkret machen. So, Nikola sagt hier, ich will ein Buddy-technik-affin-Marketing- spezifisch drauf für mögliche Kooperationen. Okay, da hast du doch schon mal jetzt eine klare Zielsetzung definiert, Nikola. Das finde ich gut. Andrea sagt, ich wünsche mir täglich maximal fünf Stunden zu arbeiten und damit ausreichend Geld zu verdienen. Okay, das lassen wir erstmal als Ziel so stehen und die Frage ist natürlich, was machst du bisher, dass du noch nicht da angekommen bist? Das ist das alte Verhalten. Also es ist zum Beispiel so, dass du einfach zu wenig umsetzt, dass du dich vielleicht in unwichtigen Dingen verzettelst oder sowas. Das solltest du auch nochmal definieren, um dann auch klarer zu haben, was willst du denn jetzt Neues machen? Ursa sagt, lern meinen beruflichen Weg zu finden. Also Ziel ist, du möchtest deine Berufung kennen. Also in welche Richtung soll es reingehen? Das passt. Hans sagt, die Aufgaben mit Zuversicht anpacken. Mein Tipp Hans, das ist eine super Sache, nimm dir aber eine konkrete Sache vor, wo du sagst, das ist etwas, was ich fast jeden Tag machen muss und es ist leider auch etwas, wo ich nicht sehr zuversichtlich bin und das möchte ich gerne mit mehr Optimismus angehen. Gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, mach das so konkret, so sinnlich und spezifisch wie irgendetwas möglich, ja, das ist wirklich ganz konkret und griffig ist, die Geschichte. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir hier in Mieters Rees gehen, jetzt wird's spannend. Jetzt wollen wir mal gucken, was spricht denn gegen dein Ziel? Ich hatte vorhin gesagt, wenn wir blockiert sind, dann hängt es damit zusammen, dass wir mit dem Ziel, dass wir doch so attraktiv finden, was Negatives verbinden. Und das kann zum Beispiel sein, dass ihr denkt, wenn ich zum Beispiel aufräume, ist das viel zu viel Arbeit, dann bin ich nur noch am Aufräumen. Oder ihr denkt vielleicht, wenn ich aufräume, entdecke ich erstmal viel alten Mist, den ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Und das ist das, was ich vermeiden möchte. Oder du denkst, vielleicht fange ich an aufzuräumen, merke aber, dass es viel zu viel ist und gebe auf und fühle mich dann als Versager oder Versagerin. Und an dieser Stelle musst du jetzt einfach sauehrlich mit dir selbst sein. Nicht lügen, nicht dich betuppen, hinschauen. Es gibt negative Gründe gegen Ziel und es sind diese oft schmerzlichen Gründe, die dafür sorgen, dass du dich blockiert fühlst. Da ist niemand da draußen, der dich da von deinem Ziel abhalten möchte, sondern du machst das selbst und du machst es oft und bewusst durch negative Gedanken, die wiederum negative Gefühle provozieren. Und diese Nachteile musst du aufschreiben. Was denkst du könnte in die Hose gehen, wenn du dein Ziel erreichst? Ich gebe mal ein Beispiel. Leute zum Beispiel, die sagen, ich will meine Berufung leben und die dann doch nichts dafür tun, die haben zum Beispiel oft Angst, in Verantwortung zu gehen, weil wenn sie dann plötzlich die Verantwortung übernehmen, dann bedeutet das, dass sie auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn das Ding nicht klappt. Solange man dem Leben oder irgendwelchen anderen widrigen Kräften die Schuld zuschieben kann, der Staat ist schuld, die Politiker sind schuld, die raffgierigen Banker sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld, die Rechtsradikalen sind schuld, die Globalisierung ist schuld, der liebe Gott ist schuld, die Welt ist schlecht. Also irgendwie, solange wir den anderen irgendwie was in die Schuhe schieben, geht es uns vielleicht noch besser, das hat vielleicht noch einen Vorteil und es ist dann eher nachteilig, wenn wir sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung und shit, dann heißt es, dass meine ganzen alten Ausreden plötzlich nicht mehr gelten können und das ist mir gar nicht so recht, das könnte ein Nachteil sein und ich möchte gar nicht, dass du das jetzt postest oder sowas, das ist auch vielleicht viel zu intim, aber ich möchte gerne trotzdem, wenn du den Mut hast, dass du durchaus Dinge mal aufschreibst, die dich davon abhalten und das können neben den Dingen, die ich schon genannt habe, oft auch Sorge und Ängste sein und Zweifel und ich lade dich ein, hier an dieser Stelle ganz ehrlich zu sein, soweit wie das für dich okay ist, weil wir gleich, das wette ich mit euch, wenn ihr ehrlich schreibt, was euch von dem Ziel abheilt, ihr eine sehr interessante, spannende Erfahrung machen könnt. Welche das ist, das werde ich euch verraten, aber fangt einfach mal an zu schreiben, wovor habt ihr Schiss, was macht euch Sorgen, wenn ihr an das Ziel rangeht, wofür ist ihr euch vielleicht hilflos, was könnte schief laufen, wenn du dein Ziel verfolgst, was sind die Nachteile? Ulle schreibt ja, ich bin nicht gut genug und ich möchte nicht wissen, wie viele von euch, wie viele von uns dieses Gefühl haben. Ich will euch hier was gestehen, ich habe das manchmal auch, dass ich denke, ich bin nicht gut genug, bin vielleicht nicht gut genug als Trainer, ich bin nicht gut genug als Coach, ich bin nicht gut genug als Ehemann, ich bin nicht gut genug als Papa, habe ich auch. Und wer das jetzt irgendwie auch empfindet, steh dazu, sei ehrlich mit dir. Und es müssen auch nicht mal so die ganz dicken Dinger sein, es kann zum Beispiel einfach sagen, dass du denkst, naja, wenn ich das jetzt angehe, könnte es sein, dass ich einfach einen Haufen Geld verbrenne, versenke und das finde ich scheiße, dann schreibst du das auch auf. Sei ganz ehrlich mit dir, schreib alle Nachteile auf und es sind welche da. Gäbe es keine Nachteile, gäbe es keine schmerzlichen Sachen, würdest du es einfach tun. Dorothee schreibt, ich könnte scheitern. Und Dagmar sagt, das geht voll ins Herz hinein. Ute sagt, ich genüge nicht, wenn ich kürzer arbeite. Ist das nicht interessant? Ja, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug und deswegen muss ich viel arbeiten, dann würde ja das kürzere Arbeiten dazu führen, dass du schlecht bist in dieser Logik und dieses Gefühl ist so fies, dass du lieber sagst, dann arbeite ich mehr. Und das ist der wichtige Punkt an diesem Schritt, dass wir uns das eingestehen, was wir da empfinden. Ehrlichkeit, Wahrheit, Klarheit, was machst du da in deinem Inneren klar an Gedanken, an Meinung, Überzeugungen, die dann dazu führen, dass du was Negatives damit verbindest. Und ich möchte hier an dieser Stelle gleich noch ein paar mehr Sachen vorlesen, damit du siehst, das ist nichts Ehrenrühriges. Wir alle haben das. Jeder hat das. Claudia sagt zum Beispiel, ich habe Angst, bei einem neuen Partner wieder verletzt zu werden. Ja. Wer von uns hat nicht irgendwie in irgendwelchen früheren Partnerschaften Scheiß abbekommen? Ja, es hat wehgetan. Dann haben wir uns irgendwie rausgezogen. Haben die Wunden geleckt. Haben irgendwie gemerkt, irgendwann, ich will aber nicht auf ewig einsam sein. Sind dann wieder rausgegangen und haben einfach gemerkt, boah, ich habe aber echt Schiss, dass mir so eine schmerzhafte Sache nochmal passieren könnte. Das will ich nicht. Und das schreib auf. Ja, den Schmerz, den Kummer, was immer das auch ist. Andrea sagt, ich habe Angst, auf Ablehnung im engen Unfall zu stoßen, da ich Entscheidungen treffen müsste, die anderen nicht gefallen würden und zu Konflikten führen. Ja. Schreib es auf. Versuch auch nicht, das jetzt irgendwie zu kurieren oder zu heilen oder in irgendeiner Form in irgendeine Richtung zu dribbeln, sondern schreib es einfach auf. Das ist es. Du hast Schiss davor, wenn du Entscheidungen triffst, dass das andere Leute nicht gut finden und dass es dann einfach Stress gibt. Und das willst du nicht. Und darum hast du dich für dieses neue Ziel, das du dir eigentlich verfolgen möchtest, noch nicht wirklich entschieden. Und je ehrlicher wir dazu sind und dazu stehen, desto leichter wird der Rest dann auch funktionieren. Christina sagt, ich darf keinen Spaß haben. Erst ihr arbeitet an das Vergnügen. Das ist meine Formel. Und was passiert, Christina, wenn du das dann doch machen würdest? Was wäre denn der Nachteil? Würde dann vielleicht ein Gott dich bestrafen oder das Leben dich bestrafen oder irgendwelche Leute dich bestrafen, wenn du erst das Vergnügen hast? Wobei das Interessante ja ist, wenn wir Vergnügen haben, können wir viel besser arbeiten. Das ist wirklich wahr. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir gut drauf sind, machen wir einen viel besseren Job, als wenn wir schlecht drauf sind oder gehetzt sind oder gestresst sind oder schlechte Laune haben. Also eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ich habe erstmal gute Laune und dann arbeite ich. Ah, Barbara schreibt was sehr Schönes hier. Festzustellen, dass ich doch zu blöd bin für eine sehr gute Abschlussarbeit, von der ich träume. Siehste? Und wenn du denkst, ach du Scheiße, ich könnte scheitern und dann muss ich mir eingestehen, dass ich eine Niete bin, ja, dann ist es doch besser, es gar nicht anzugehen. Ja, und ich hoffe, dass jetzt zweierlei bei euch passiert, dass ihr zum Ersten erkennt, yo, da sind wirklich echte negative Gründe da, die man eigentlich auch verstehen kann. Ja, wenn ich glaube, ich kann hier bei einer Sache scheitern und danach ist mein Selbstbild und mein Selbstwertgefühl und mein Selbstvertrauen angeschlagen, dann könnte das Grund genug sein, zu sagen, dafür gehe ich das Ziel nicht an, das ist mir nicht wert. Und selbst wenn dir dann irgendwelche Selbsthilfesprüche einfallen, ja, darf man sich ja nicht von abhängig machen oder muss immer wieder aufstehen und so weiter und so fort, darum geht es hier an dieser Stelle nicht. Es geht nicht darum, das irgendwie umzudeuten oder sonst was, sondern erstmal nur dazu Ja zu sagen. Dorothea sagt, es fordert permanenten Einsatz, ist mir zu schwierig. Heike sagt, zu erkennen, dass ich es nicht schaffe, sprich nicht gut genug, aber auch Angst vor dem Erfolg, was passiert dann? Genau. Manche Leute haben Angst vor Versagen, andere Leute haben Angst vor Erfolg. Ja, wenn ich dann erfolgreich bin, werde ich mit Arbeit erschlagen oder wenn ich erfolgreich bin, dann hat mich keiner mehr gern. Ja, oder meine Freunde finden mich dann scheiße. Ja, und das musst du aufschreiben, da musst du jetzt total ehrlich zu dir sein, weil das ist das, was dich bis jetzt gehindert hat. Und erst, wenn du es klar siehst, mit Augen dir anschaust, ah, okay, das ist der Grund, das ist meine Überzeugung, deswegen habe ich es nicht gemacht, erst dann hast du eine Chance, aus diesem Muster rauszukommen. Asset sagt, ich bin nicht kreativ genug, ne, ob die Kraft reicht nach zwei Burnouts. Ja, siehst du, das sind super klare Einwände. Ich habe zwei Burnouts gehabt, jetzt nochmal einen dritten riskieren. Ne, will ich nicht. Ja, und zack, ist das Ziel erstmal geschrotet. Wolfram sagt, ich habe keine Ahnung, was dahintersteckt, warum ich meine Musik nicht veröffentliche. Wie komme ich daran, Martin? Frag dich, was könnte der Nachteil sein, Wolfram? Vielleicht hast du Schiss, ja, dass deine Leute deine Musik scheiße finden. Vielleicht hast du Schiss, dass das keiner kauft. Vielleicht hast du Schiss, dass du es bei YouTube veröffentlichst und du kassierst nur Häme. Guck genau hin. Ja, es ist etwas da. Sei ehrlich zu dir. Und der Grund, warum ich euch hier alle bitte, das auch zu schreiben, ja, Astrid schreibt hier, ich habe Selbstzweifel. Michaela, ich würde Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten verlieren, könnte vielleicht scheitern und stehe wieder mal ohne etwas da. Ja, wenn ihr das alles lest, könnt ihr vielleicht erkennen, dass das irgendwie wie so eine Seuche ist, die alle von uns betrifft. Alle haben diese Ängste. Jeder hat Angst zu versagen. Jeder hat Angst, blöd dazustehen. Jeder hat Angst zu scheitern und Schulden zu haben und dass das Leben nicht mehr weitergeht. Martina schreibt, das, was ihr hier schreibt, ist gigantisch. Viel trifft auch auf mich zu. Es gibt viele Anregungen. Ja, und es ist einfach total gigantisch und inspirierend. Und sie fragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Yes, ich mache eine Aufzeichnung. So, Dorothy schreibt, ja, was passieren kann, ist, dass ich nicht vorankomme, dass das Geld nicht reinkommt, also kein Kapital für eine Praxis da ist. So, ja, und wenn du diese Vorstellung hast, ich gehe da pleite oder ich habe einfach Kohle nicht und ich kann es nicht machen, ja, und dann bin ich gescheitert, die Träume sind nicht realisiert oder ich habe sogar vielleicht finanzielle Nachteile und Einbußen in Kauf zu nehmen, das hält sich davon ab. Dagmar sagt, ich müsste mich tatsächlich bestrafen, um Spaß zu haben. Das sind alles alte Geschichten, die wir irgendwie mal übernommen haben, ja, Spaß und Arbeit passt nicht zusammen und dürfen wir nicht haben und was weiß ich nicht alles. Claudia sagt, ich habe Angst vor Kritik. Ja, was glaubst du, wie viele Menschen das teilen? Ich bereite gerade einen Kurs vor für den Sommer für Trainer, Coaches und Berater. Da geht es darum, dass man lernt, irgendwie mit Shitstorms und hämischen Kommentaren im Netz umzugehen. Das hat mich selber lange Zeit kill gemacht, ja, ich habe irgendwie ein Video bei YouTube, das ist viral gegangen, hat über 700.000 Abrufe gehabt, was mir die Leute da teilweise reingeschrieben haben. Unglaublich, unglaublich, wirklich wahr, ja, so eine Häme, die man manchmal abkriegt für sowas irgendwie, aber da muss man lernen, irgendwie mit klar zu kommen, aber erstmal hält es einen ab, irgendwie nach vorne zu gehen. Gut, du sagst, ich habe Angst vor erneuter, allergischer Reaktion auf Hausstaub und entsprechend vor irgendwie Jogattacken. Jawohl, ganz klarer Grund und Sonja sagt, was ist, wenn ich mir die Geschichte erzähle, gescheitert zu sein, was könnte ich tun? Machen wir jetzt gleich weiter, dann werde ich dir gleich zeigen, was du machen kannst. So, ich hoffe, dass das reicht für euch, um jetzt zu erkennen, ihr steht nicht alleine damit da und ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen ersten Eindruck bekommen, was euch ab, sozusagen abhält. So, jetzt wollen wir noch den nächsten Punkt angehen, nämlich, was ist denn der Vorteil der alten Situation? Das hängt sehr stark auch mit dem zusammen, was wir gerade als Nachteile definiert haben. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe Angst zu versagen, als Punkt Nummer drei notiert, dann könnte der Vorteil des Alten sein, also nicht zu machen, dass du sagst, ich habe dann mehr Selbstvertrauen oder ein höheres Selbstwertgefühl. Aber ich habe ein stärkeres Selbstbild von mir. Oder wenn du, Angst vor Jog-Attacken hast durch Hausstaub, dass du sagst, ja, der Vorteil des Alten ist, dass ich gesund bin. Und das ist auch wichtig, ja, das Alter ist ja nicht nur schlecht, sondern es hat ja auch seine Vorteile. Und diese Vorteile solltest du ganz genau auf den Punkt bekommen, weil du musst du, diese Vorteile musst du, darf ich schon verraten, in dein Ziel mit reinnehmen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne was Bestimmtes machen, sagen wir mal aufräumen, aber du hast Schiss vor Hausstaub als Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, ob das dein Ziel ist, dann musst du sagen, ich räume auf und bleib dabei gesund. Das wäre jetzt schon mal ein ganz anderes Ziel, als zu sagen, ich räume auf und habe dann aus Versehen vielleicht mir wieder irgendwie so eine Jog-Attacke eingehandelt. Muss man überlegen, was kannst du tun, aufzuräumen und dabei gesund zu bleiben. Herr, wie gesagt, kann ich es falsch machen. Und das schreib auf. Vorteil des Alten ist, ich mache vieles dann richtig, weil ich keine Fehler mache und das ist okay. Schreib das auf, du wirst das brauchen. Das ist ganz wichtig für den Prozess, den wir hier machen. Christina sagt, ich muss keine Entscheidung treffen und was ist der Vorteil davon? Was bringt es dir, wenn das so bleibt? Wenn du jetzt keine Entscheidung mehr triffst, was hat das für einen Vorteil? Fühlst du dich sicher? Du hast das Gefühl, dass du alles kennst, wie es jetzt ist und diese Vorteile musst du aufschreiben, weil die sind wichtig. Wenn du dich jetzt verändern möchtest, brauchst du diese Vorteile. Miriam sagt, ich behalte meine Komfortzone und schreib mal ruhig auf, was da für Vorteile sind. Ja, mir geht es gut, ich gehe mit dem Optimismus in den Tag rein. Ich habe das Gefühl, dass ich die Sachen souverän handeln kann. Ja, ich stehe auch bei meinen Freunden ganz gut da, weil ich gelassen bin, wenn es um die Sachen geht, die einfach im Tagesgeschäft anstehen und so weiter und so weiter und so weiter. Jutta sagt, ich muss mich nicht mehr meiner Angst stellen. Das ist eine negative Formulierung, wir suchen positive Formulierungen. Ja, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich ruhig. Vielleicht auch, weil ich mich meiner Angst nicht stellen muss, ja, in Klammern gesetzt, kann ich meinen Job erledigen jeden Tag. Ja, und das ist ein wichtiger Vorteil des Alten, dass du sagst, ja, dann kann ich aber gut arbeiten. Ja, oder wenn ich jetzt nicht sage, was ich wirklich will, bedeutet aber auch, ich habe einen friedlichen Abend mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Wenn ich klein beigebe bei der Auswahl des Films, kann es vielleicht bedeuten, dass es einfach Ruhe im Karton ist und das magst du einfach. Sonja schreibt finanzielle Sicherheit. Ja, das schreibt auf. Das ist ein Vorteil des Alten. Ja, statt jetzt irgendwelche Eskapaten einzugehen, hast du finanzielle Sicherheit. Alle schreiben, ich habe die Freiheit, jeden Tag zu tun, was ich will. Ja, das ist der Vorteil des Alten. Schreib es auf. Du brauchst das. Das ist ganz wichtig, dass du das aufschreibst. Was hat das Alte für Vorteile für dich? Ella sagt, ich bin in Sicherheit zu Hause. Ja, schreib es auf. Ich fühle mich sicher. Und gut, und jetzt hier nochmal nach. Ich habe Hausstaubmilbenallergie und bis jetzt bei jedem Versuch, zum Beispiel, meinen Kleiderschrank aufzuräumen, heftig reagiert, sodass ich Wochen brauche, um meine Haut zu heilen. Der Vorteil ist also tatsächlich Gesundheit und dein Ziel muss lauten, wie kriege ich den Kleiderschrank in Ordnung und bleibe gesund. Vielleicht ist die Umsetzung anders, vielleicht brauchst du da Hilfe von jemandem, der das für dich macht und du machst dann im Gegenzug was anderes. Könnte ja zum Beispiel auch eine Lösung sein. Du denkst, ich will aber keinen in meinen Kleiderschrank reinlassen, was anderes, aber vielleicht gibt es ja irgendwie noch keine Ahnung, Schutzanzüge, aber ich weiß es nicht. Ich habe selber auch eine Hausstauballergie als Kind gehabt und weiß von daher, wie fies das sein kann. Ja, aber erstmal wichtig, dass du auch auf der positiven Seite sagst und sowas, egal was ich mache, ich bleibe gesund. Das ist der Vorteil des Alten und das muss im Neuen mit drin sein, sonst wird das nicht funktionieren. Inga sagt hier Vorteil davon, keine Entscheidung zu treffen, muss mich nicht trauen, etwas Neues anzufangen und kann nicht scheitern. Wenigstens etwas Sicherheit und das ist das, was du aufschreibst. Ich habe mehr Sicherheit. Das ist das der Grund, warum ich eben nichts Neues wage. Ich habe mehr Sicherheit und das ist doch cool. Schreibt das auf und ich denke mal, jetzt sollten die meisten von euch Vorteile gefunden haben. Jessica sagt, ich behalte die Zuneigung und den Kontakt zu anderen. Schreibt das auf, weil das ist wichtig. Wenn du jetzt ein Ziel formulierst, müsste da rein, ich mache und behalte die Zuneigung oder genieße viel Zuneigung und Kontakt zu anderen Menschen. Joachim sagt, ich fühle mich sicherer in der zweiten Reihe. Ja, dann ist Sicherheit und dich gut fühlen, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber in die erste Reihe, musst du sagen, ich bin in der ersten Reihe und fühle mich sicherer. Dann wird das Ziel schon mal ein bisschen attraktiver. Martina sagt, ich muss mich in der neuen Position nicht behaupten. Okay, was ist dann der Vorteil in der alten Position? Es geht vielleicht friedlich zu. Wenn du jetzt neu machst, dann musst du irgendwie kämpfen und dich gegen andere Leute wehren. Hier ist es friedlicher. Dann musst du dich eigentlich fragen, kannst du das Ziel erreichen auf einem friedlichen Wege beispielsweise. Oder ich sage, ich bin Gewinner durch nichts tun, schreibst du auf, Gewinner sein. Das ist der Vorteil des Alten. Hört sich zwar nicht ganz logisch an, aber das ist das, worum es geht. Du willst Gewinner sein. Und wenn du dein Ziel dann zum Beispiel nachher nochmal anders wahrnimmst, geht es darum gehen, wie du als Ziel noch ein viel größerer Gewinner bist. Er sagt, ich bin mit Menschen zusammen, die ich kenne und die mich mögen. Genau. Und das sollte in dem neuen Ziel auch drin sein, dass du vielleicht sogar noch viel mehr Menschen zusammen bist, die dich mögen. Claudia sagt, was ist dann das Ziel, nicht mehr verletzt zu werden? Nein, gesund zu sein, emotional sich sicher zu fühlen, finanziell sich sicher zu fühlen. Es geht immer darum, dass du etwas Positives aus der Sache rausziehst, aus dem Alten. Reinhard sagt, ich muss beruflich aufsteigen. Ich möchte beruflich aufsteigen, also muss ich meine Komfortzone verlassen. Dann setz dir doch als Ziel, dass du dein neues Ziel irgendwie ganz bequem und sicher erreichst. Aber ich gab schon so ein bisschen vor. Wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch die Vorteile auf den Punkt gebracht haben. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt wollen wir mal das Ganze ein bisschen verändern. So, ich werde dir jetzt mal kurz erklären, was bei dieser Übung passiert und dann wirst du einfach stumpf danach notieren, was dir dazu einfällt. und du brauchst es nicht in den Chat zu schreiben, weil es ist wichtig, dass du dich einfach auf die Aufgabe konzentriert, die jetzt kommt. Wir wollen jetzt mal gucken, was die Nachteile des Alten sind. Was es dich nämlich kostet, wenn du weiter so agierst, weiter so machst wie bisher. Also was kostet es dich zum Beispiel in Bezug auf dein Selbstbild? Wenn wir zum Beispiel bestimmte Sachen machen möchten, ist aber aus bestimmten Gründen auch nicht angehen und wir dadurch irgendwie im Pro und Kontra gefangen bleiben und deswegen auch keine Ergebnisse erzielen, kann es sein, dass wir uns als Versager fühlen, als Schwächlinge fühlen, dass wir uns als unfähig empfinden, als Luschen. Und über diesen Preis müssen wir uns im Klaren sein, dass wir auf der Ebene des Selbstbildes, was wir über das Selbstdenken, einen Preis bezahlen. Und halte mal für dich fest, was es eigentlich für dein Selbstbild bedeutet, dass du eben nicht aus deiner Komfortzone rausgehst, was du alles schön sicher lassen möchtest. Was hat das für einen Einfluss auf dein Selbstbild, wie du dich selbst wahrnimmst? Vielleicht nimmst du dich als Feigling wahr, mutlos, schwach, hilflos. Und was bedeutet das für dein Selbstvertrauen, wenn du das nicht anfasst? Was zahlst du vielleicht an Selbstzweifeln, wo du dich selbst hinterfragst, dir vielleicht sogar auch in anderen Stellen nichts mehr zutraust, weil du denkst, das kriegst du schon nicht gebacken und die anderen Sachen kriegst du auch nicht gebacken. Also was macht das mit deinem Selbstvertrauen? Schreib das auf. Und was kostet es dich für deine Gesundheit? Welche körperlichen Kosten zahlst du dafür, wenn du so weitermachst wie bisher? Was bedeutet das für deine Gefühle, wenn wir auf der körperlichen Ebene bleiben? Was bedeutet das für dich, wenn du so weitermachst wie bisher? Kommst du nicht aus dem Quark, machst die Sache nicht klar. Was hast du da für gesundheitliche Nachteile, körperliche Nachteile, emotionale Nachteile? Schreib es auf. Und nimm es wirklich bewusst auch wahr, wie das dich vielleicht runterzieht, kaputt macht, du träge wirst, du vielleicht irgendwie als Kompensation, als Ausgleich anfängst zu essen oder abends noch ein paar Bierchen zu trinken oder was auch immer. Und was kostet es dich in Bezug auf die Menschen, die du liebst? Dorothee schreibt zum Beispiel, ich habe wenig Geld, behalte meinen überflüssigen Kilos, mein erfülltes Sex und Partnerschaftsleben bleiben ein Traum, auch meine Videos, Texte und all das bleibt ein immer werdender Traum. Genau. Und was bedeutet das für dich? Dein Selbstbild, dein Selbstvertrauen, hat es einen Einfluss auf deine Gesundheit, dein Wohlbefinden? Und wie ist das mit den Menschen, die du liebst? Welchen Einfluss hat das da drauf? Was zahlst du da für einen Preis? Andrea schreibt hier zum Beispiel, ich bin sehr unausgeglichen und mein Sohn muss da unterleiden. Überleg dir doch mal, was da passiert. Dann schnauze dein Sohn an, der eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Und was bedeutet das für dich als Mutter, wenn du dir darüber im Klaren bist, was du da für einen Preis bezahlst, was du deinem Kind da möglicherweise antust, das schlechte Gewissen, dass du da warst. Sorry, wenn ich da jetzt so ein bisschen auf die Kacke haue, das mache ich nicht, um dir ein schlechtes Gewissen einzureden, das mache ich, damit du wirklich Schmerzen hast, dass du wirklich auch mit dem alten Verhalten möglichst viel Negatives verbindest. Denn das ist das, was uns aus der Nummer rauskatapultiert. So wie uns der Schmerz abhalten kann, etwas Neues anzugehen kann, uns der Schmerz auch abhalten, im Alten stecken zu bleiben. Und genau das wollen wir hier machen. Und deswegen muss dieser Schritt hier wehtun. Bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt hier rumstocher. Ihr werdet mir dankbar sein, weil ihr dadurch möglicherweise jetzt die Chance habt, aus dieses schlechte Verhalten, dass ihr es wirklich hasst. Leute zum Beispiel, die sagen, sie haben irgendwann aufgehört zu rauchen. Die hatten dann irgendwann gemerkt, ich bin nur noch am Röscheln. Ich huste, wenn ich jetzt noch ein Jahr so weitermache oder fünf Jahre so weitermache, dann bin ich tot. oder habe irgendwelche Atemnot als alter Mensch oder sowas. Leute, die sich dann vorstellen, wenn ich noch so weitermache und immer weiter pleite bleibe. Das ist doch furchtbar. Und schreib das mal auf. Was bedeutet das eigentlich für deinen beruflichen Erfolg, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist? Bei manchem Ziel, wenn es um etwas Privates geht, wirst du denken, hat auf den Erfolg jetzt gar keinen Einfluss, aber manchmal doch schon, aber manchmal auch nicht. Das ist dann, lässt du die Frage weg. Aber wenn es um etwas Berufliches geht, was bedeutet das für deinen beruflichen Erfolg? Was bedeutet das auch für deine Finanzen? Was bedeutet das zum Beispiel, wenn du eben nicht das klar machst, wenn du immer in dem alten Sumpf hängen bleibst, dass du vielleicht nie das Geld verdienst, das du dir gerne wünschst, nie diese Möglichkeiten hast, das und das dir immer auch zu leisten. Jedes Mal, wenn du auf ein Konto ausguckst, bist du irgendwie betrübt und findest es scheiße. Schreib das auf. Spür den Schmerz. Dorothee sagt, und ich denke, ja klar, du hast es nicht geschafft. Einige Leute hatten recht. Das ist also mein blödes, langweiliges Leben. Genau. Und stell dir das vor, das ist der Preis, den du bezahlst. Jetzt. Myriam schreibt, Frustration. Perfekt. Lass es bleiben. Lass es da sein. Dieser Stress, diese Frustration, dieser Ärger. Oh, ich hänge da fest. Scheiße. Okay. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hattest unter Schritt Nummer drei, Nachteile des Neuen, ganz bestimmte Sachen aufgeschrieben, was gegen dein Ziel spricht. Ja, Dinge wie zum Beispiel, die anderen mögen mich nicht mehr. Beispielsweise. Stell dir jetzt mal vor, wie es dazu kommen kann, dass wenn du weiter beim Alten bleibst, dass die Leute dich nicht mehr mögen. Das finde ich übrigens, wenn ich das sagen darf, eine besonders coole Frage an dieser Technik hier. Ja, inwiefern sorgt die Nachteile, die ich mit dem Neuen verbunden habe, ja, inwiefern sorgt das Alte dafür, dass diese Nachteile wirklich in mein Leben treten. Ja, wenn du Schiss hast, beruflich zu scheitern, ne, wie kann vielleicht das Alte, das Kleben bleiben im Alten dazu führen, dass du garantiert scheiterst. Ja, dass du wirklich auf die Klappe fällst. Wenn du Angst vor Verletzungen hast, wie sorgt das Alte dafür, dass du emotional verletzt wirst. Frag dich das mal wirklich. Ja, vielleicht stellst du sogar fest, verdammte Naht, ja, dieser alte Zustand, der tut mir jeden Tag weh. Jedenmal, wenn ich in den Spiegel gucke, spüre ich diesen Schmerz. Wenn du Angst hast um deine Gesundheit, dann frag dich irgendwie, inwiefern sorgt der Alte Zustand dafür, dass du wirklich noch richtig krank wirst. Ja, was bedeutet das? Ja, nimm all die Nachteile des Neuen und schau sehr genau an, wie das Alte genau dafür sorgt. Sogar folgerichtig genau dahin führt, was du eigentlich vermeiden möchtest. Und jetzt geh mal einen Schritt weiter und stell dir vor, wie das ist, wenn du das in einem Jahr so weitermachst. Stell dir vor, du machst das genauso weiter. Du guckst ein Jahr zurück und es ist noch schlimmer geworden. Was bedeutet das für dein Selbstbild, für dein Selbstvertrauen, deine Gesundheit, die Menschen, die du liebst, deinen beruflichen Erfolg, deine Finanzen. Und dann geh noch weiter und stell dir vor, wie das in fünf Jahren ist. Wie fühlt sich das in Bezug auf dein Selbstbild? Chef vor fünf Jahren so weitergemacht, ja. Wie geht es dir in puncto Selbstvertrauen, Gesundheit, die Menschen, die du liebst, deinen beruflichen Erfolg, deine Finanzen. Mal dir das aus, wie beschissen dein Leben ist, wenn du so beim Alten verhaarst. Wer sagt, das fühlt sich einfach nur grausig an und das ist gut so. Es darf dir jetzt total grausig gehen. Lass es zu, ja. Stell dir vor, deine schlimmsten Ängste, das ist alles wahr geworden. Ja, und wie furchtbar du dich dabei fühlst. Ines sagt, das ist ein Horrorszenario, ja. Und es ist gut, wenn du jetzt das Horrorszenario durchlebst, als wenn du fünf Jahren aufwachst und denkst, scheiße, das kann nicht wahr sein. Genau, dieses Horrorszenario ist auch eingetroffen in meinem Leben. Und René sagt, das kann ich eigentlich nicht aushalten. Und das ist gut. Weil wir oft nicht darüber nachdenken, was wir eigentlich dafür bezahlen, wenn wir Dinge nicht in Angriff nehmen, bis wir dann doch bezahlen müssen, weil das Leben ist an der Stelle unerbittlich. Wenn wir uns dämlich anstellen und dann irgendwie auch echt ein dämliches Ergebnis bekommen, so ist das Leben. Das ist da unerbittlich an der Stelle. Das präsentiert uns die Konsequenzen und wir müssen damit zurechtkommen. Und es ist besser jetzt zu sagen, das fühlt sich scheiße an, das fühlt sich furchtbar an, das ist gruselig, das ist grausam, das ist nicht zum Aushalten, weil das ist der Motor, um da rauszukommen. Genau, Dorothee sagt, die Leute, Freunde denken und sagen, Mensch, die Dorothee, die hatte doch so große Pläne und hat so viel getan und hat es nicht geschafft. Stell dir vor, wie du dich fühlst, dieses Bedauern im Gesicht der Leute, diese Enttäuschung, vielleicht dieses Mitleid auch und du denkst, ach du Scheiße, ich habe es echt verrissen. Und Monika schreibt wie tot. Okay, jetzt reg dich und streck dich ein bisschen, dehne dich einmal so, bewege dich ganz kurz, weil du ein bisschen aus diesem Horrorszenario rauskommst und jetzt machen wir es genau umgekehrt. Jetzt gehen wir an etwas Positives ran. Jetzt denk mal an die Vorteile des Neuen. Stell dir mal vor, du gehst das jetzt an und wir fangen jetzt mit jetzt an, nicht irgendwie in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren, nicht in einem Jahr, sondern jetzt. Stell dir mal vor, du würdest jetzt loslegen und wirklich Schritte unternehmen, um dein Ding in die Hand zu nehmen, was immer du auch vorhast. Wie würde sich das sofort auf dein Selbstbild auswirken? Schreib das auf. Wie würde das sein, wenn du zum Beispiel sagen würdest, gleich nach der Session, ich mache das jetzt so. Und welchen Erfolg hättest du dabei bei deinem Selbstbild? Wie würde das vielleicht auf einen Schlag auch dein Selbstbild verändern? Ja, du hast in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen rumgegrämt, jetzt bist du aber aktiv, jetzt merkst du einfach, du bist irgendwie doch eine andere oder ein anderer geworden, weil du wirklich was dafür tust. Und wie ist das für dein Selbstvertrauen? Ab sofort, wenn du jetzt sofort anfängst und wirklich was dafür tust, was hat das für einen Einfluss auf dein Selbstvertrauen? Ja, stell dir das vor, wenn du jetzt sofort loslegst und sagst, okay, ich mache jetzt was davon, direkt nach der Session fange ich an oder morgen fange ich an irgendwie. Ja, und was würde das für einen Effekt haben auf dein Selbstvertrauen? Wie würdest du dich fühlen? Was wäre das Resultat? Ja, wenn du das jetzt angehst, schreib es auf. Miriam schreibt hier große Motivation. Genau. Was für einen Effekt hat das für deine Gesundheit? Wie fühlst du dich in deinem Körper, wenn du das machst? Wenn du es anpackst? Wie stehst du morgens auf? Wie kann sich das wohltuend für dein Wohlbefinden auswirken, wenn du jetzt in die Puschen kommst? Inge sagt, ich würde innerlich wachsen. Wie ist das für die Menschen, die du liebst? Wie würde das sofort einen Effekt haben auf die Menschen, die du liebst? Deine Familie, deine Eltern, wenn sie noch leben, deine Geschwister, deine Kinder, dein Partner, deine besten Freunde, deine besten Freundinnen, deine Kollegen. Ja, was würde das für eine Auswirkung haben, wenn du jetzt loslegst und wirklich was dafür tust? Stell dir das einfach mal vor, ja? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie würde dein Leben abgehen? Wie würde dein Leben nach vorne gehen, wenn du jetzt was tun würdest? Er schreibt ja, ich würde mir auf die Schulter klopfen und sagen, na endlich hast du es geschafft. Endlich, endlich, endlich. Inge sagt, super Gefühl, springe aus dem Bett. Ja, nimm das wahr, wie du dich dabei fühlst. Lass dieses gute Gefühl zu, während du an dein Ziel denkst. Ja, ne? Du fühlst dich echt großartig. Stolz. Herwig sagt, fühlst dich gut an. Ella sagt, meine Freunde und Familie würden sich freuen. Monika, sie würden meine positive Energie spüren. Vera, glücklich voller Lebensfreude. Gut, und es stärkt mein Selbstwertgefühl. Habe es zum Glück schon in meiner Küche geschafft, du weißt, ich war glücklich und auch etwas stolz. Genau. Ja, und was hat das für einen Einfluss auf deinen beruflichen Erfolg? Ja, wie kann es deinen beruflichen Erfolg ab sofort beflügeln? Wie kann es dafür sorgen, dass du auch finanziell dich besser stehst? Ja, funktioniert vielleicht nicht bei jedem Ziel, aber wie kann das einen Einfluss haben? Vielleicht dadurch, dass du dich motivierter fühlst, kannst du mehr berufliche Erfolge erzielen. Ja, dadurch, dass du jetzt mehr Kunden ansprichst, mehr Bewerbung schreibst, ja, könnte wirklich ab jetzt irgendwie oder im nächsten Monat mehr Geld auf dein Konto fließen. Ja, und stell dir vor, wie das ist, ja, dass du das erreichst. Lothar sagt, zufriedenheit, fast schon Glückseligkeit. Christina, leichter, freier, selbstwirksam. Monika, ich kann ein Vorbild sein, jawohl. Vera, positive Resonanz auf allen Ebenen. Andrea, hundertprozentig gesund, Leichtigkeit, Myriam, Fülle. Gut und habe Lob von meiner Tochter geerntet. Dorethi, ich lebe, ich spüre mich, Erleichterung, Leute bewundern mich, erkennen mich an, ich habe Lust am Leben. Meine Gedanken, schreibt die Andrea, kreisen um die schönen Dinge des Lebens. Inge, ich bin viel offener für die Möglichkeiten, wage es mich zu zeigen. Es ist bequem, sagt Ingeborg. Es wird immer besser von Tag zu Tag, Andrea. So und geh noch weiter, du hattest dir unter Punkt 4 Vorteile aufgeschrieben. Ja, wie viele von euch haben zum Beispiel aufgeschrieben, wenn ich das Alte, weil im Alten bleibe, dann fühle ich mich sicher. Also, wie sorgt jetzt das Neue für mehr Sicherheit in deinem Leben? Wie sorgt das Neue für mehr Bequemlichkeit? Wie sorgt das Neue dafür, dass du emotional noch geschützter bist? Ja, je erfahrener und reifer du bist, desto mehr emotionale Stärke hast du auch. Je mehr du deinen eigenen Dingen klar machst, je mehr Freude du ausstrahlst, desto mehr Leute sind in deiner Umgebung inspiriert und begeistert, ja, und fühlen sich wohl in deiner Gegenwart und sind deswegen, ja, dir auch total wohlgesonnen, weil die freuen sich, mit dir zusammen zu sein. Stell dir das mal vor, was da passiert. Ja, also nimm die ganzen Vorteile, die du unter vier notiert hast und stell dir vor, wie wirkt sich das auf dein Ziel aus, ja, welche Vorteile bringt dir das Neue, ja, dass diese Vorteile mit gesichert sind. Sicherheit, Zufriedenheit, ein Gewinner sein, stell dir vor, wie du ein so großer Gewinner wirst, weil du das wirklich in Angriff genommen hast. Monika schreibt, die Menschen sind gerne mit mir zusammen. Reinert das Neue wird für mehr Geld und eine befriedene Arbeit sorgen. Stell dir das vor, du hast diese Arbeit, du verdienst mehr Geld. Wie geht es dir dabei? Welche Vorteile bringt dir das? Was bedeutet das für die Menschen, die du liebst? Was bedeutet das für dein Einkommen auf dem Konto? Was bedeutet das für dich und dein Selbstbild? Stellt euch das wirklich bildhaft vor und fühlt die Vorteile. Christine sagt, genügend Einkommen, ein buntes Leben voller Kreativität, total zufrieden. Herr, habe ich das Bewusstsein, es zu schaffen. Ella, Sicherheit, genau, stellt euch vor, wie euch das Neue viel mehr Sicherheit bringt als das Alte. Viel mehr Sicherheit. Pierre sagt, ich merke gerade, das Ziel ist noch nicht richtig, ich muss es noch verändern. Das ist auch okay. Dann fängst du wieder von vorne an. Was ist dein Ziel? Und nimm die Vorteile mit, die du jetzt ja schon für dich formuliert hast. Und überleg, wie kannst du dieses Ziel noch besser angehen? Diejenigen zum Beispiel, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne mehr Harmonie und mehr Freude haben. Ich habe so ein bisschen Schiss, meine Meinung zu sagen. Wie kann das neu dafür sorgen, dass du mehr Harmonie und noch mehr miteinander mit den Menschen hast, die du wirklich liebst? Schreib das auf. Andrea, mehr Selbstzufriedenheit und somit auch mehr Vertrauen in positive und erfolgreiche Veränderungen. Andrea, mehr Selbstzufriedenheit und somit auch mehr Vertrauen in positive und erfolgreiche Veränderungen. Stell dir vor, wie das sich auf alle Ebenen deines Lebens auswirkt, weil du das jetzt in Angriff genommen hast. Und geh noch einen Schritt weiter und stell dir vor, wie es dir in einem Jahr geht, wenn du das jetzt anpackst. Wie ist das in zwölf Monaten? Geh in die Zukunft, schau zurück und schau einfach mal, wie das ist, dass du das jetzt geschafft hast. Nimm das wirklich wahr, wie das dein Leben auf allen Ebenen verändert hat. Wie du dich persönlich fühlst, was dein Selbstbild anders gemacht hat, wie dein Selbstvertrauen ist. Fühle das, wie das deine Leute sind, die du liebst. Wie ist das für deine, für dein körperliches Wohlbefinden? Wie ist das für deinen beruflichen Erfolg? Wie zahlt sich das Ganze finanziell aus? Wie hat sich dein Leben in allen Aspekten verändert, weil du das in Angriff genommen hast? Und dann geh noch weiter und stell dir vor, wie dein Leben sich in fünf Jahren verändert hat, wenn du das alles geschafft hast. Wo stehst du in fünf Jahren? Stell dir das mal vor, in fünf Jahren, wo stehst du dann gesundheitlich, persönlich, emotional? Was macht dein Selbstvertrauen, dein Selbstbild? Wenn du zurückguckst, was du da für eine Entwicklungsschritte gemacht hast? Wie hat sich dein Leben verändert? Wo wohnst du jetzt vielleicht? Was hast du für einen beruflichen Erfolg? Wie sieht es mit deinen Finanzen aus? Stell dir das einfach vor und lass dieses gute Gefühl in dich hinein. Und stell dir vor, das kannst du erreichen, indem du jetzt ins Handeln kommst. Niren sagt, ich fühle mich wunderbar. Monika, ich werde immer freier und authentischer. Und nimm das wahr, wie das ist, wenn du das in Angriff nimmst. Und Eckert sagt, ich verstehe das nicht. Wie kann ich wissen, was das Neue bringt, wenn ich es noch gar nicht getan habe? Nun, das Entscheidende ist, niemand kann es wissen, aber du kannst doch dir eine Vorstellung davon bilden, wie es sein kann. Und das ist das, was dich motiviert, auch ins Handeln zu kommen. Du musst doch einfach eine Vorstellung haben, dass das möglich sein kann, dass das gut ausgeht. Ohne diese Vorstellung kannst du keine Motivation haben und ohne diese Vorstellung hast du auch dann nicht die Kraft, die Sachen auch wirklich gut anzugehen. Und denk daran, Eckert, du bist der Schöpfer dieser Situation. Du bist nicht das Opfer, dem was widerfährt, sondern du kannst durch diese Handlung, durch deine Gedanken, durch deine Einstellung echt was ändern. Wenn du es dir zutraust, packst du es auch an. Du hast es dir zugetraut, hier diese Webkonferenz zu gehen, gehe ich mal ganz stark von aus, weil du gedacht hast, das klappt eh, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Da hast du positiv gedacht, hast auch dementsprechend gehandelt. Hättest du gehadert, hättest du gesagt, was ist, wenn ich nicht reinkomme, ist alles scheiße, dann fühle ich mich wieder blöd, wenn der Rechner zickt und so weiter und so fort und verpasst das dann und ärgere ich mich den ganzen Freitag kaputt. Das würde dich abhalten zu handeln. Also wenn du jetzt hingehst und dir vorstellst, ich kann es schaffen, dann tust du es auch und siehe da, wenn du es tust, klappt es auch in den meisten Fällen. Vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und das Gleiche gilt auch, wenn du jetzt dir vorstellst, es kann gut werden. Und dass du dir auch emotional reinziehst, wie es sich anfühlt. Und das gibt dir die Kraft, ins Handeln zu kommen. Und das ist das, worum es dir in diesem Prozess geht. Dass du sozusagen dir die Kapitänsmütze aufsetzt in deinem Leben und sagst, so pass auf, ab jetzt schippere ich mal hier dieses Schiff und ich fange an, das in Angriff zu nehmen, indem ich mir mal mit positiven Gedanken, mit einem motivierenden Zukunftsbild den Pfad vornehme oder den Kurs einschlage, den ich auch erreichen möchte. Und dann kannst du auch mal, wenn mal Schlechtwetter kommt, wenn du sagst, okay, jetzt ist gerade Schlechtwetter und die Dinge laufen nicht so toll oder sowas, aber ich weiß, hinter jedem Sturm wartet auch wieder die Sonne und da will ich hin, das ist die Sonne und wenn ich mich an die Sonne denke, bin ich auch im Sturm trotzdem gut drauf und habe die Kraft, auch den Sturm gut meistern zu können und fühle mich sogar noch besser, wenn ich durch den Sturm durchgekommen bin und die Sonne da ist und ich denke sogar, siehste, ich habe es von Anfang an gewusst, das kann klappen. So, und wenn ihr jetzt wirklich für euch das Positive klar habt, dann ist der letzte Schritt, dass ihr euch jetzt vorstellt, was ist denn jetzt ein nächster konkreter Schritt, was du jetzt für dein neues Ziel tun kannst. und das sollte etwas sein, was du wirklich machen kannst. Also, nicht irgendwelche großen Fantasiegeschichten, sondern vielleicht kannst du anfangen, keine Ahnung, irgendwie zu sagen, okay, ich räume mal irgendwie als nächstes hier die eine Ecke meiner Bude auf. Eine einzige Ecke, aber damit fange ich jetzt mal an. Das ist der erste konkrete Schritt, das kann ich machen, das kann ich tun, das mache ich jetzt. Ja, oder wenn du sagst, ich möchte gerne abnehmen, dass du sagst, ich setze mich nachher noch und fahre noch eine Runde. Oder ich mache morgen einen Termin mit einem Ernährungsberater, weil alleine kriege ich das nicht geschissen. Oder ich schreibe mich ins Sportstudio ein, ich mache das jetzt. Ein konkreter Schritt, der wirklich machbar ist und den schreib bitte auf, jetzt. Und während du an diesen Schritt denkst und den aufschreibst, stell dir all die positiven Sachen vor, die da jetzt passieren können. Monika sagt mal, nur Homepage schreiben und ins Leben bringen. Okay, das ist viel zu viel, Monika. Was ist ein erster konkreter Schritt, den du jetzt machen kannst? Hast du schon eine Domain reserviert? Hast du vielleicht schon die Webseite da und könntest mal wenigstens einen Text schon mal für die Startseite schreiben? Das ist ein konkreter Schritt. Und Lothar sagt nicht kleckern, sondern klotzen. Nee, kleckern. Mach was Kleines, etwas, was du wirklich anpacken kannst, also wirklich was greifbar ist, sonst wird es zu groß sein und es wird dich abhalten. Aber wenn du denkst, ich muss die ganze Homepage machen, da geht die Motivation gleich wieder flöten. Wenn du aber sagst, naja gut, warte mal, ich könnte mal heute vielleicht anfangen, mir eine Headline für die Startseite auszudenken. Das wäre doch schon mal cool. Ja, oder ich mache mir einfach nur heute mal ein Organigramm, welche Seiten will ich überhaupt auf der Webseite haben und wenn ich das habe, habe ich den ersten konkreten Schritt gemacht. Und das reicht dann für heute, danach machst du Feierabend und morgen machst du die gleiche Geschichte nochmal. Was könnte ich denn jetzt Konkretes machen? Naja, ich könnte mal anfangen, ein paar Bilder rauszusuchen. So, ja, und du machst es peu à peu, denkst immer daran, das ist ja Vorurteil dabei, warum geht es mir dadurch besser? Und dadurch kriegst du mit der Zeit Schwungkraft in die Sache rein und realisierst das auch. Und das positive Gefühl, diese Visualisierung, das, was du jetzt hast, das, was du spürst, ja, das kannst du jetzt vielleicht auch mit einem Symbol oder irgendwas verbinden, das dich immer daran erinnert. Vielleicht hast du irgendeinen Gegenstand auf deinem Schreibtisch stehen, ja, vielleicht gibt es irgendeinen Lied, das als Symbol dich daran erinnert, ja, einen Song, der dich irgendwie motiviert, ja, und den du dir vielleicht auch aufschreibst, dass du sagst, vielleicht spiele ich den Song immer ab, wenn ich das mache, wenn ich das gerade kann, ja, vielleicht habe ich den irgendwie auf meinem Smartphone drauf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sonst wo bin, oder vielleicht habe ich den über meinen Rechner, ja, oder vielleicht hast du irgendwie einen Schlüsselanhänger oder irgendwas anderes in deiner Gegend, ja, oder vielleicht hast du ein schönes Bild, das du dir aufhängen kannst oder ein Post-It, das du dir an den Rechner kleben kannst oder was auch immer du hast, ja, dass du einfach daran erinnert wirst, hey, ne, das kann gut sein und das ist der Grund, warum ich es mache, ich will mich echt gut fühlen, ich will mich sicher fühlen, ich will gut drauf sein, ich will Selbstvertrauen haben, ich stelle dir vor, wie cool das Konto aussieht, wenn da richtig Geld drauf ist und so weiter und so weiter, also bleib wirklich dabei, bei dem, was du gerne Gutes haben möchtest. So, Dorothee sagt, ich habe im Juni einen Coaching-Termin in Bremen-Nord, da hinfahren, durchziehen, auch schon Sachen im Netz machen und posten, ja, Sachen schon mal im Netz machen und posten, fang an, fängst du einfach morgen an zu posten, so, kann vielleicht sein, das sind nur zwei Leute lesen oder gar keiner liest, scheißegal, fang an zu posten, ja, das ist etwas, was du selbst in die Hand nehmen kannst. René sagt, ich fange, ich haue morgen Menschen in die Augen, die mir begegnen und lächle sie an. Das ist ein großartiges Ding, das kannst du anpacken und ich kann dir sagen, wenn du das tust, wirst du feststellen, ja, dass du ein paar richtig tolle Reaktionen bekommst. Ein paar werden vielleicht verstört, sondern denken, huch, was hat er denn jetzt hier oder sie denn jetzt, ne? Ähm, egal, aber du wirst tolle Sachen ernten, ne? Leute, die dir vielleicht, wo du gar nicht gedacht hättest, die sich total freuen, denen du das Leben jetzt in dem Augenblick dann auch versüßt. Also hau rein. So, ihr Lieben, das war die Technik und ich würde gerne noch wissen, welche Fragen ihr habt und was vielleicht auch noch bei euch so ein bisschen hängen geblieben ist, was ihr vielleicht noch wissen wollt und ich gehe währenddessen nochmal die Technik ganz kurz durch und vielleicht wollt ihr das sogar nochmal wiederholen. Das ist vollkommen okay. Also, wie geht es nochmal vonstatten? Erstens, schreib erst auf, was du nicht mehr willst, was dich nervt, was dich ankotzt, was du doof findest und so weiter und so fort. Und schreib es griffig auf, schreib es konkret auf, so, ja, dass du wirklich sagst, in der und der Situation, wenn das und das eintritt, dann mache ich immer das und das und das nervt mich. Das Ziel. Was wünschst du dir stattdessen? Wie willst du anders reagieren? Wie willst du anders handeln? Welche anderen Ergebnisse willst du in der Situation haben? Wenn mein Freund sich bis jetzt immer dämlich angestellt hat, wenn wir einen Film ausgesucht haben, ja, das willst du nicht mehr, dass du dich dann anpasst, das Ziel ist, ich sage ihm, pass mal auf, ich würde gerne heute den Film gucken, können wir das nicht mehr machen, ja, und wenn er sagt, ich will mal einen anderen Film gucken, sagst du, pass auf, machst du, ich gucke mir einen anderen Film an, ja, dass du einfach deinem eigenen Gusto folgst. So, sobald du das Ziel klar hast und so konkret begriffig notiert hast, machst du dann das Schwierige, du fragst dich, was ist der Nachteil des Neuen, was ist der Nachteil des Ziels? Und da sei scheißen ehrlich, schreib es auf, was dir wehtun kann, ja, dass du dich als Versager führen kannst, also als Versagerin, ja, dass du emotional verletzt werden könntest, dass du finanzielle Einbußen in Kauf nimmst, dass du dir eingestehen musst, dass du es doch nicht auf die Reihe bekommst und was noch alles da irgendwie in dir hochkommen kann, alles aufschreiben, du brauchst das ganze Negative, weil wir das später verwenden, um eine Veränderung zu erreichen. Dann schreib dir die Vorteile des Alten auf, das ist Punkt Nummer vier, warum ist es gut beim Alten zu bleiben und es gibt immer gute Gründe, das zu tun. Schreib es auf, was ist der Vorteil des Alten, wenn du weiter so machst wie bisher, ja, und wenn du das aufschreibst, ja, bleib wirklich bei allen Vorteilen, ja, schreib so lange, bis dir wirklich nichts mehr einfällt, dass du wirklich sagst, wow, es hat eigentlich auch Vorteile, es ist echt gut, dass ich das so mache, wie bisher. Und dann kommt der Teil, der echt schwierig ist, der ein bisschen wehtut, das ist nämlich, dass du jetzt die Nachteile des Alten dir wirklich vor Augen führst und da an der Stelle musst du in die negativen Gefühle rein, denn das ist das, was dein Nervensystem, dein Gehirn verändert. In dem Augenblick, wo dir klar wird, ja, dass du dich jeden Tag wie eine Lusche fühlst, wenn du in den Spiegel guckst, weil du immer noch in dem alten Zustand bist, ja, in dem Zustand, wo du vielleicht merkst, irgendwie wie Leute auf dich mitleidig runtergucken, ja, in dem Augenblick, wo du begreifst, was du mit deiner Gesundheit tust, mit deinem emotionalen Wohlbefinden, wie das dein Selbstvertrauen ankratzt, ja, wie sich Leute vielleicht von dir abwenden, wie du vielleicht schlechte Laune bekommst und dadurch irgendwie die Beziehungen, die dir am Herzen liegen, wirklich riskierst. In dem Augenblick, wo du wirklich merkst, dass du dir beruflich voll ins Knie schießt, ja, und wirklich immer erfolgloser wirst, ja, oder dass deine Finanzen immer erschreckender werden und so weiter und so fort. In dem Augenblick, ja, beginnst du jetzt, eine Veränderung einzuleiten. und nutze die Nachteile von Punkt 3. Das, was bis jetzt gegen dein Ziel gesprochen hat, hat dich effektiv davon abgehalten, loszugehen. Und wenn du die gleichen Nachteile beim Alten entdeckst, dann ist das genauso effektiv, weil es dich davon abhält, weiter im Alten zu bleiben. Das ist das Geniale an dieser Technik, ja, indem wir das, was wir als Motivation schon in uns drin haben, was die ganze Zeit funktioniert hat, jetzt aktiv benutzen, um etwas zu vermeiden und etwas Neues zu erreichen, da entwickelt sich die Wirksamkeit dieser wunderbaren Technik. Und wenn es dir richtig beschissen geht, dann gehst du auf die Vorteile des Neuen, machst du vielleicht eine kurze Pause, hoppla, machst du vielleicht eine ganz kurze Pause und in dieser Pause, ja, wenn du dir, keine Ahnung, dich mal gereckt hast oder gestreckt hast, ja, dann gehst du ran und schreibst dir die Vorteile auf, die jetzt drin sind, jetzt sofort, nicht in fünf Jahren, sondern erstmal, was würde jetzt sofort sich ändern, wenn du das angehst. Und das motiviert dich auch ins Handeln zu kommen, wenn du denkst, ja Mensch, ja, bis jetzt habe ich mich scheiße gefühlt, aber jetzt kann ich mich direkt gut fühlen, weil ich ja was mache. Ich bin jetzt auf einem neuen Weg, ich habe mich für eine neue Sache entschieden, ich habe die Weichen anders gestellt, ja, dann hat es einen sofortigen Effekt auf dein Selbstvertrauen und auch auf dein Selbstbild. Ich bin jemand, der momentan in einer schlechten Situation ist, aber ich greife das jetzt auf, ja, ich packe das jetzt an, ich mache es ab jetzt besser und das ist schon gleich ein Pluspunkt für dein Selbstvertrauen und auch für dein Selbstbild. Es kann sofort einen Einfluss haben auf deine Motivation, damit auch auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden und so weiter und so fort. Es kann direkten Einfluss auf die Menschen haben, die du liebst, wie du auf die zugehst, wie du mit denen agierst, ja, wie sie auf dich reagieren, das kannst du sofort haben und es hat mittelbar, vielleicht nicht immer sofort, aber es hat zumindest mittelbar auch einen Einfluss auf deinen Erfolg und deine Finanzen. Ja, und stell dir dabei auch vor, welche, wie die Vorteile des Alten, also das, was du dir immer gedacht hast, naja, das ist eigentlich das Gute daran, dass es eben sich nicht ändert, dass du das jetzt mit dem Neuen verbindest. Mehr Sicherheit, mehr Konformzone, mehr Bequemlichkeit, mehr Menschen, die dich lieb haben, mehr Harmonie, mehr Geld, mehr, was auch immer, mehr, mehr, mehr sozusagen, ja, und stellst dir vor, wie das jetzt eintritt. dann gehst du weiter und überlegst dir, wenn das jetzt schon, ne, mit diesem Anfang so losgeht, was bedeutet das eigentlich in einem Jahr? Was kannst du da erreicht haben, wenn du das alles angepackt hast? Und was bedeutet das für fünf Jahre? Ne, fünf Jahre, da hast du einen Quantensprung gemacht. Du bist jemand ganz anders geworden. und mit dieser Einsicht, mit diesem Gefühl, ja, das lässt du so dermaßen in dich hineinfließen. Lass es einfach fließen, weil das verändert dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln. Gehst du als letztes dann rein und sagst, was ist das, was ich jetzt konkret machen kann? Ja, damit du diese Energie kanalisierst und nimm dir nichts zu Großes vor, sondern wirklich was, was du jetzt, morgen, übermorgen, in den nächsten 72 Stunden konkret anpacken kannst. Also es darf ruhig was Kleines sein, aber tu es. So, ihr Lieben, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer ein bisschen über Feedback. Wenn ihr die Show gut findet, freue ich mich darüber, wenn ihr sie verbreitet. Sie ist ja kostenlos. Möglichst viele Leute sollen sich drüber freuen. Vielleicht schreibt doch mal was Nettes über die Show bei Facebook, Twitter und Co. Würde mich super freuen. Ihr könnt auch mal einfach die Show promoten. Da gibt es nämlich bei uns auf der Webseite auch einen Link, wo immer dann die neueste Show steht. Ja, wenn ihr Freunde, Bekannte habt, irgendwie ladt die einfach mal ein. Ich würde mich freuen, wenn das möglichst viele Leute erreichen kann. Also bin ich mal ganz dreist und bitte darum, das zu verteilen. Macht das doch einfach, dann haben wir alle was davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Martin. Kein. 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 Vielen Dank.